Liebe starke Stimmen, heute schauen wir uns mal ein Adele-Live-Auftritt an aus München. Viele unserer Schüler haben berichtet, dass sie das super sensationell fanden. Wir analysieren ja Adele schon seit eh und je. Da gibt es ein ganz tolles Video, was ich gemacht habe zum Thema Vorher-Nachher zu Adele. Wie hat sie eigentlich vorher gesungen und was macht sie jetzt mit ihrem Gesang nach zwei Operationen auf den Stimmbändern? Also wie versucht sie da auch mit ihrer Stimme umzugehen? Und für alle, die das interessiert, das ist ein ganz, ganz tolles Video. Das kommt am Ende hier zu dem Video. Ja, lass uns doch mal reingehen in den Adele-Auftritt. Das erste Konzert in der Mega-Arena und ich gebe mal meine Analysis und mein Feedback. Für alle, die neu auf meinem Kanal sind, mein Name ist Tanja Levy. Ich bin zertifizierte Gesangslehrerin, Inhaberin der Tanja Levy Vocal Studio Schule. Und wir haben super viele, über fast 14 Finalisten gehabt in verschiedenen Casting-Formaten. Darunter Gewinner, die wir hier auch coachen dürften. Und natürlich auch viele Leute, die in den Formaten erfolgreich sehr weit durchgekommen sind. Viele Sängerinnen aus der Musikbranche, die jetzt aktiv sind im Schlagerbereich und die ihre Singles veröffentlicht haben. Von Kinder bis Erwachsene helfe ich dir, eine starke Stimme zu bekommen. Nicht nur auf der Bühne, sondern auch im Alltag mit fundierter Technik. Löse deine technischen Blockaden, dadurch auch deine mentalen Blockaden. Ja, ich würde fast sogar sagen, dass Adele hier tatsächlich mit einem kleinen höheren Kehlkopf sogar arbeitet. Weil wir erinnern uns, eigentlich startet es doch schon tief. Also für einige, die sagen, die wollen den tiefen Kehlkopf. Gute Möglichkeit, da noch ein bisschen weiter in den tiefen Kehlkopf zu gehen. Hello, can you hear me? Das ist jetzt wirklich Geschmackssache. Sie hat es mehr in die obere Richtung bewegt. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be. Das ist dann da weiter oben. Der Ton ist immer noch derselbe. Dazu gibt es ein ganz großes Thema, Kehlkopfpositionen. Trotzdem selber Ton. Der Kehlkopf sollte genutzt werden. Entweder bei der Technik Belting oder auch beim Crying, auch beim Twang hebt er sich an. Aber beim Belting ist der Kehlkopf hoch. Grundsätzlich ist die Platzierung des Kehlkopfes, das nennen wir ein Stylistic Toys. Ich bin in California dreaming about who we used to be, when we were younger. Ja, was war das jetzt gerade für ein Tapping? Manche Sänger tappen für den Takt, weil sie das brauchen mit dem Beat und dem Rhythmus. Und die tappen aufs Mikrofon. Für manche ist es auch ein klares Handzeichen an den Ingenieur. An Mikrofonlauter, Echolauter. Das ist dann nach Absprache geregelt. Das heißt, dieses Tappen oder Zeigen aufs Mikrofon ist auch mit dem Soundingenieur zu sagen, okay, jetzt mach mal ein bisschen lauter, ein bisschen leiser oder da oder da fehlt noch irgendwas. Nur mal so by the way. Ich finde es ganz interessant ist, Adele, als Gestus oft auch sich der auf den Bauch fässt. Jeder Sänger hat ja seine Eigenarten. Manche gehen ja mit den Händen in die Höhe. Das nennen wir neurologisches Sing. Neurologisches Sing bedeutet, dass Sängerinnen und Sänger sich Abhilfe schaffen, indem sie zum Beispiel, wenn sie in die High Notes gehen, die Hand nach oben nehmen. Oder wenn sie in die Tiefe gehen, nach unten sliden. Oder wenn sie Riffen, Mariah Carey, wenn sie ihre Riff und Runs gemacht hat, hat sie ja oft die Fingerchen benutzt, damit sie mehr Dynamik reinbekommt. Also das nennen wir neurologisches Sing. Also was mir auf jeden Fall auffällt, was ich auch in dem Vorher-Nachher gesagt habe, also ich, sie hat meinen allergrößten Respekt. Ich weiß gar nicht, ob ich mir trauen würde, nach zwei OPs tatsächlich Konzerte zu spielen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube nicht, ich glaube, ich würde es nicht tun. Es ist bewusster gesungen auch. Sie ist auch viel lockerer als in alten Aufnahmen von Jahren. Es gibt ja auch andere damals Skyfall-Auftritte. Da wirkte sie doch nicht ganz so frei auf der Bühne. Sie arbeitet deutlich mehr auch mit dem Ringmuskel und mit dem Mund und auch mit ihren Resonanzräumen. Das merke ich auch. Ich finde es eine gute Atmung. Ich finde es immer ganz schwierig, wenn man eingeschränkt ist in seiner Atmung, irgendwie mit diesen engen Kleidern, dann ist es für viele Sängerinnen nicht möglich, in die Zwerchfellatmung zu gehen. Seit meinem Teenage, seit ich 17 bin, habe ich auch ständig Stimmprobleme, Zysten auf den Stimmbändern und Säure und regelmäßig Dysphonien und so. Meine Stimmbänder sind sehr anfällig für alles Mögliche. Unglaublich. Angefangen bei einem Kaffee und bei einem Glas Wein. Zack, wird es schon gleich rau auf den Stimmbändern. Toll, Kiefer fallen gelassen, großer Mund. Wir machen jetzt ganz frech Stopp hier, direkt mitten im Chorus. Sorry, Triggerwarnung, hätte ich gleich mal sagen müssen. Toll, also diese Breite im Mund. Ich habe ja sehr, wie gesagt, sehr viele Jahre schon analysiert und es fällt mir einfach auf, sie ist eine starke Frau, starke Sängerin, auch viel mehr geerdet in ihrem Können. Und Kiefer ist gut fallen gelassen, der Mund ist groß und breit. Für diese Art von Tonproduktion ist es für dich fast gar nicht möglich, hier klein zu bleiben. Warum? Je kleiner du hier bist, wenn du beltest, desto mehr wirst du hier drücken und pushen müssen, desto mehr verspannen sich Muskeln. Die falschen Taschenfalten verspannen sich, die Zunge zieht nach hinten, das Gaumensegel senkt sich ab. Die Konstruktoren kommen zusammen, dann musst du gegenarbeiten, weil es hier sich alles jetzt schon verspannt hat. Du musst wirklich echt öffnen, Kiefer fallen lassen. Und auch nicht so öffnen, das geht auch nicht, dann sind die Zähne zusammen, das ist dann auch verspannt. Und dann ist der Ton, klingt der gegeißelt, der klingt gequetscht, der klingt dann sonst verspannt. Mega. Ja, sie hat ja immer auch, ich hab keine Sau, sie hat auch immer ihren eigenen Twang, ne? Oh nee, I'm gonna be unique all day, all night. Das heißt, der Twanger, und der ist auch eine große Hilfe hier für sie. Also toll, tolle Flips, sehr kraftvoll, sehr stark, sehr präzise, schön in die Kopfstimmen übergegangen. Und ja. Ja, so meine Lieben. Wenn ihr mehr Adele haben möchtet, müsst ihr natürlich unten hier kommentieren. Freunde der Sonne. Wenn ihr möchtet, dass ich noch mehr Adele-Sachen analysiere und mal durchgehe. Aber sehr kraftvoll gesungen. Im nächsten Video würde ich mal was zum Thema Belting sagen im Zusammenhang mit Adele. Vielleicht auch was zum Thema Kopfstimme im Zusammenhang mit Adele. Oder auch mal bei Easy On Me, da geht sie ja mehr in die Mixed Voice, benutzt sich dann mehr Mixed Voice Passagen. Aber im Großen und Ganzen absolut toller Auftakt, weil wie immer sensationell, sie sieht fantastisch aus. Man kann ihr wirklich nichts sagen. Sie ist die Diva unseres Zeitgeistes, also unserer Zeit. Ja, schreibt mal in die Kommentare, welches Video ich als nächstes analysieren soll. Und Adele hat eins, eine starke Stimme, Leute. Und wenn du auch eine starke Stimme haben möchtest, dann musst du unbedingt reinkommen in unser Coaching-Programm. Wir haben die Gesangsausbildung, wir haben den Künstleraufbau, Einzelcoaching, Workshops zum Downloaden, Gruppenkurse, die wir haben. Wir haben die Gesangsausbildung für Sänger. Wir haben die Vocal-Coach-Fortbildung. Das heißt, wir haben so viele tolle, einzigartige Programme und auch digitale Kurse, die du runterladen kannst. Und wer mich kennt, weiß, ich erkläre es ganz akribisch und ganz genau und sehr technisch. Und ich freue mich, dich an diesen Workshops zu sehen. Und schau mal rein, wenn du dich einträgst für ein Newsletter, bekommst du jetzt schon einen gratis Workshop, den du dir angucken kannst, und zwar zum Thema mit Powersehen. So, ich freue mich, dich im nächsten Video zu sehen. Hashtag starke Stimme und Hashtag du bist nicht allein. Rock the stage!